willkommen zum heutigen test wir haben hier eine classic batterie sie wurde gekauft beim classic händler bei hellfire fireworks und wir haben hier eine bestpreis 25 25 ist die abkürzung da sie 25 schuss hat in 25 mm kaliber preislich habe ich gesagt glaube 15 euro wenn ich dann ist das jetzt im nem haben wir 300 gramm glatt kann man natürlich auch hier noch mal nachlesen ist natürlich mit deutscher beschriftung alles dabei wie gesagt classic ist ein ganz normaler händler zum beispiel die gbv weko ist halt für den niederlander aber halt so ich würde mal sagen da es eine bestpreis batterie ist und 15 euro gekostet hat schauen wir uns das mal an ob die 15 euro wert ist ansonsten bis gleich draußen zur zündung so freunde wie versprochen jetzt die classic 25 25 zu der bestpreis die so können ich würde mal sagen für 15 euro die